Susanne von Borsodi ist eine deutsche Schauspielerin und Synchronsprecherin. Leben Susanne von Borsodi stammt aus einer Künstlerfamilie. Sie wurde als Tochter des Schauspieler-Ehepaars Hans von Borsodi und Rosemarie Fendel, die beide 2013 verstarben, geboren. Ihre Eltern trennten sich, als sie vier Jahre alt war. Sie wuchs bei ihrer Mutter auf. Ihr Großvater Eduard von Borsodi war Filmregisseur, ihr Großonkel Julius von Borsodi war Filmarchitekt und Szenenbildner bei Wienfilm, im Filmstudio Babelsberg und bei der Bavaria Film. Ihre Halbschwester Cosima von Borsodi ist ebenfalls Schauspielerin. Von Borsodi war von 1990 bis 1999 mit ihrem Schauspielkollegen Heino Ferch liiert, mit dem sie in mehreren Filmprojekten gemeinsam auftrat. Seit April 2014 ist sie mit ihrem langjährigen Lebensgefährten Jens Schnee-Edenhahn verheiratet. Das Paar lebt in München und Berlin. Schauspielkarriere Ausbildung und Theaterarbeiten Susanne von Borsodi besuchte nur kurz eine Schauspielschule, da sie sofort ein Engagement am Schauspielhaus Frankfurt erhielt. 1980–1981 wurde sie Teil des Mitbestimmungsmodells am Schauspiel Frankfurt. Von 1987 bis 1993 hatte sie ein Engagement am Schiller Theater in Berlin. Nachdem das Theater schließen musste, wechselte von Borsodi zum Film. Ende 2007 sah man von Borsodi nach längerer Theaterpause wieder auf der Bühne in der Rolle der Lady Driver in dem Luststück verdammt langher. Im Januar 2009 gastierte sie am Hamburger Ernst-Deutsch-Theater in Franzis C. Winters Spurensuche. Das Drama thematisiert Missbrauch und Mord eines Kindes durch einen Jugendlichen. Von Borsodi und Ulrike Volkerts verkörperten die Mütter von Täter und Opfer. In der Spielzeit 2012 Dreizehntel spielte sie erneut am Ernst-Deutsch-Theater, diesmal in der Tragikomödie Der letzte Vorhang der niederländischen Dramatikerin Maria Goos. Film und Fernsehen Ihren ersten Fernsehauftritt hatte von Borsodi 1964 in der Folge der Fahrplan der Fernsehserie Das Kriminalmuseum an der Seite ihrer Mutter Rosemarie Fendel. Ihre erste tragende Fernsehrolle war 1978 in Hartmut Grießmeiersch Fernsehfilm Adoptionen. 1979 erhielt sie für die Rolle der Beate S. in der gleichnamigen Fernsehserie Die Goldene Kamera und eine ehrende Anerkennung beim Adolf-Grimme-Preis 1981. 1980 wurde sie für ihre Rolle in Axel Cortis Das Eine Glück und Das Andere mit dem Deutschen Darstellerpreis ausgezeichnet. Regisseurin Margarete von Trotter engagierte von Borsodi 1999 für den vierteiligen Fernsehfilm Jahrestage des gleichnamigen Romans von Uwe Johnson, in dem sie die Hauptrolle der Gesine Krespal spielte. Unter der Regie von Alexander Kluge spielte sie in dem Episodenfilm Die Macht der Gefühle mit Hannelore Hooger in der Hauptrolle eine Prostituierte. In der Friedrich-Dürren-Matt-Verfilmung Justiz von Hans W. Geissendörfer übernahm sie die Rolle der Edelhure Daphne Winter. In der von Bodo Führeneisen inszenierten 157. Folge Blue Dream – Tod im Regen des Polizeiruf 110 spielte sie die Kellnerin Nathalie, die gemeinsam mit ihrer Freundin Rita nach Hamburg gehen möchte, um dort eine Boutique zu eröffnen. Tom Tücker besetzte sie für die Rolle der Frau Jäger in seinem Kinowelterfolg Lola Rent. In Doris Dörries Tragikomödie Bin ich schön? übernahm sie die Rolle der Lucy. Weitere Rollen hatte sie in dieser Zeit in Margarete von Trottas Dunkle Tage in der Rolle der alkoholkranken Angela, als Marga Nielsen in Die Mörderin und in Die Geisel als mutige Gefängnisdirektorin Ella Jansen, die sich gegen eine Geisel austauschen lässt. Sie wirkte auch in internationalen Produktionen, wie etwa als Anita Zorzi de Luca in Tödliches Geld neben Michel Piccoli oder an der Seite von Richard Chamberlain in Die verlorene Tochter. Für ihre Rolle in dem auf dem Filmfest Hamburg uraufgeführten Fernsehfilm Mensch Mutter der Buchlektorin Verena Kröger, die sich liebevoll um ihre an einer paranoiden Schizophrenie leiden ausreichenden Mutter Hilde kümmert, wurde sie 2005 gemeinsam mit Rosemarie Fendel mit dem Diva Award ausgezeichnet. 2005 erhielt das Fernsehliebesdrama Der zweite Blick, in dem von Borsodi an der Seite von Michael Mendel die verheiratete Linda spielte, die sich in einen anderen Mann verliebt, eine Nominierung für den Bayerischen Fernsehpreis. 2007 legte sie mit der Episode Die Lehrerin zu der deutschen Grundgesetzverfilmung GG19 Eine Reise durch Deutschland in 19 Artikeln ihre erste Regiearbeit vor. Im Herbst 2008 entstand unter der Regie von Johannes Grieser für das ZDF der Psychothriller Ein geheimnisvoller Sommer mit Susan von Borsodi in der Rolle der Fotografin Esther Kaufmann. Im selben Jahr übernahm sie in Mattige Schonex zweiteiligen Fernsehthriller entführt neben Friedrich von Thun, Hans Zischler, Matthias Brandt und Heino Ferch die Rolle der Kidnapperin Marietta Lahn. In dem Märchenfilm Rapunzel, der im Dezember 2009 in der ARD im Rahmen der Märchenreihe 6 auf einen Streich erst ausgestrahlt wurde, war sie neben Luisa Wizzorek in der Titelrolle in der Rolle der bösen Zauberin zu sehen. Von 2010 bis 2013 verkörperte sie die Internatslehrerin Frau Megalein in den drei Filmen um Hanni und Nanni nach der Romanserie von Enid Bleiten. Im Herbst 2011 stand sie unter der Regie von Josef Vilsmeier in der Neuverfilmung von Ludwig Anzengrubers musikalischem Volksstück der Meinheit Bauer als Bäuerin Anna Sobek erstmals an der Seite ihres Vaters Hans von Borsodi, der eine Nebenrolle als Keutersep übernahm, vor der Kamera. In Hermine Hund Geburtsfilmdrama Männer treu spielte sie die weibliche Hauptrolle der resoluten Anwältin Franziska Stahl, die von ihrem Ehemann Georg betrogen wurde. Diese Rolle brachte ihr 2014 den Deutschen Fernsehpreis als beste Schauspielerin und Ensemblemitglied ein. 2015 bekam sie darüber hinaus auch für ihre in dem Film dargestellte schauspielerische Leistung den Grimme-Preis verliehen. In dem 2018 erschienenen Kinofilm Die kleine Hexe nach Ottfried Preußlers gleichnamigem Kinderbuch war sie an der Seite von Caroline Herford, die die Titelrolle übernahm, in der Rolle der bösen Hexe Rumpelpumpel zu sehen. In Dirk Kummers Filmkomödie Der Liebhaber meiner Frau spielte sie neben Christian Kolund und Walter Sittler die weibliche Hauptrolle einer seit fast 40 Jahren verheirateten Frau, die sich nicht mehr von ihrem Mann beachtet fühlt. Von Borsodi betätigt sich auch als Synchronsprecherin. In dem in den Walt Disney Studios entstandenen US-amerikanischen Zeichentrickfilm Der Schatzplanet, einer freien Adaption von Robert Louis Stevenson's Die Schatzinsel, sprach sie die Captain Amelia, die im Original von Emma Thompson gesprochen wird. Den Deutschen Preis für Synchron bekam sie 2007 für ihre Synchronarbeit als Stimme von Joan Allen in Sally Potters britisch-amerikanischen Filmdrama Yes. Sonstiges Susan von Borsodi hält neben dem Schauspiel auch Rezitationen und Lesungen. Mit dem Vortrag von Briefen der mexikanischen Malerin Frida Kahlo. »Jetzt, wo du mich verlässt, liebe ich dich mehr denn je«, gibt sie seit 2006 deutschlandweit Lesereisen. Im Januar 2010 hielt sie im Schloss Dachau zusammen mit Rosemarie Fendel und den Musikern Willi Freivogel und Sigi Schwab eine Lesung mit Texten der jüdischen Dichterin Masha Kalecko. Daneben ist sie auch als Malerin tätig. Ihre erste Ausstellung unter dem Thema »Wandlungen« konzipierte sie im sauerländischen Hallenberg, wo sie im Jahr 2013 ausgestellt wurde. Soziales Engagement von Borsodi ist UNICEF-Botschafterin, Botschafterin der Vereine N – I – N – A – und Hand in Hand vor Afrika sowie seit 2005 Mentorin für das Projekt Lilaloo. Ihr soziales Engagement wurde 2006 mit dem ARD-Medienpreis »Brisant – Brillant« ausgezeichnet. Susan von Borsodi ist Vorsitzende der Deutschen Fernsehjury des Kiewes-Preises, des Europäischen Medienpreises für Integration und kulturelle Vielfalt. Auszeichnungen 1978 – Goldene Kamera für Beate S. 1981 – Ehren der Anerkennung beim Adolf-Grimme-Preis 1982 – Deutscher Darstellerpreis als beste Nachwuchsschauspielerin 1999 – Bayerischer Fernsehpreis für die Mörderin und Dunkle Tage 1999 – Deutscher Fernsehpreis als beste Schauspielerin Hauptrolle für die Mörderin und Dunkle Tage 2001 – Goldene Kamera für Jahrestage 2005 – Diva Award – Spezialpreis der Jury gemeinsam mit Rosemarie Fendl für Mensch-Mutter 2006 – Riesant – Brillant für Soziales Engagement 2007 – Berliner Theaterpreis Goldener Vorhang für ihre Rolle in Verdammt lange her am Renaissance-Theater 2007 – Deutscher Preis für Synchron für ihre herausragende weibliche Synchronarbeit als Stimme von Joan Allen in Yes 2009 – Ehrenpreis des hessischen Ministerpräsidenten für besondere Leistungen im Film- und Fernsehbereich 2010 – Bayerischer Verdienstorden 2012 – Berliner Theaterpreis Goldener Vorhang für ihre Rolle der Lies in Der letzte Vorhang am Renaissance-Theater 2013 – Bundesverdienstkreuz am Bande 2014 zu zweimal Deutscher Fernsehpreis als beste Schauspielerin und als Ensemble-Mitglied in Männertreu 2015 – Grimme-Preis für die Rolle der Franziska Saal in Männertreu Berlin geführt hat sich ein paar Jahre nach dem erekonomischen Stimme von Jury zum Beispielen und der Liedern von Kroger-Liedemore Kroger-Liedemore Wurdere